Hallo, ich bin's, eure Sarah. Und dieses Video hier mache ich, um an die Nazizeit zu gedenken. Um all die Leute nochmal zu erinnern, was das eigentlich war und wie schlimm das überhaupt war, die in diesem antisemitischen Marsch am 25.07.2014 mitgemacht haben. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Mir geht das heute noch richtig nah. Und ich verstehe nicht, wie Menschen sowas machen können. Und ich möchte einfach, dass die Herzen und die Gedanken wieder mehr bei diesen Opfern sind. Und dass man sowas nie wieder zulässt. Auf im Brettbetsche, Brett der Feierer, Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Und ich mache immer die Leute, die Kinder-Karte da, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Der kleine Kinderlek, dem Aleph-Best. Gidetsche Kinderlek, gidetsche Teiere, was sie lehendor. Gidetsche Kinderlek, gidetscheadeolithic honestly. Gidetsche Kinderlek, gide 토 stere��지원, alephalve oaaah! Vielen Dank.